Grüß euch, ich bin der Niki, ich komme aus Elixhausen. Ich mache derzeit auch Doppellehrer als Energietechniker und Maschinenbautechniker bei der Salzburger G. Ich habe mich für eine Lehre entschieden, weil ich einfach finanziell unabhängig sein wollte. Ich wollte nicht mehr in die Schule gehen und ich habe einfach damals schon gewusst, ich will was mit den Händen machen, ich will was technisch bewirken und deshalb habe ich mich im Endeffekt dann für eine Lehre entschieden. Also ich habe mich als Arbeitgeber für die Salzburger G entschieden, weil es ist einfach richtig cooles Arbeitsklima, coole Leute sind da, man fährt von Anfang an gleich auf die Baustelle, man hat mit vielen Leuten zu tun, also in viele verschiedene Bereiche in der Salzburger G, die lernt man gleich mal kennen und das gefällt mir einfach richtig gut. Nachdem ich jetzt dann ausgelernt bin und ich im Stationsbau tätig bin, warten vielfältige Arbeiten auf mich, ich kümmere mich darum, dass die Endverbraucher zu einem Strom kommen, dass die Trafos tauscht werden, dass die Netzsysteme modernisiert werden und alles einfach gut läuft. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch bei der Salzburger G bewerbt, es ist ein wirklich richtig cooler Arbeitgeber und für die AMS Lehrstellen Challenge nominiere ich die an Verbund, Red Bull und das Technische Ausbildungszentrum Mitterberg-Güttel.